Erinnerst du dich? Es sind so schöne Stunden, wenn ich von Schule, Lehrern, Abenteuern und Jungen erzählen kann. Als wir noch ein normales Leben führten, war alles wunderbar. Aber ich sehne mich nach Freiheit und Freunden und Alleinsein. Ich sehne mich so. Ich habe das Gefühl, als ob ich zerspringe. Ich laufe hin und her, atme durch die Ritze des Fensters, fühle mein Herz klopfen, als ob es sagt, erfülle doch endlich meine Sehnsucht.